Ich habe jede Sprache in deinem Kopf genommen. Hat man gut und gerne mal ein offenes Ohr für Gerüchte, dürfte man bereits über eine unbestätigte Star-Wars-Sensation gestolpert sein, dem epischen 4-Stunden-Cut von Die Rache der Sith. Ob da was dran ist und was genau dieser 4-Stunden-Schnitt alles enthalten soll, darum geht's in diesem Video. Okay, ich habe noch viel zu lernen. Los geht's. Wirklich dran am 4-Stunden-Cut. Frei erfunden kann das Ganze nicht sein, denn auch noch Jahre nach dem Kinostart halten sich hartnäckige Gerüchte, dass ein 4-stündiger Schnitt von Episode 3 mit zahlreichen uns unbekannten Szenen, Nebenhandlungen und einem alternativen Ende tatsächlich existiert. Und das ist gar nicht so abwegig. Mit all den gelöschten Szenen, Konzeptzeichnungen und zusätzlichen Handlungssträngen im ergänzenden Material von Die Rache der Sith ist es nicht verwunderlich, dass eine alternative Fassung des Films einen erweiterten Schnitt haben kann, der die vollständige Vision von George Lucas erzählt. Einen eindeutigen Beweis für seine Existenz gibt es allerdings nicht. Jedoch sind viele Szenen, die ein solcher Cut haben könnte, über diverse Zusatz- oder Behind-the-Scenes-Inhalte zugänglich. So bekommt man immerhin ein gewisses Gefühl dafür, wie eine längere Version des Films in etwa aussehen kann. Ganz gleich, ob ein Cut existiert oder nicht, die 4 Stunden zu füllen dürfte nicht allzu schwer sein. Vor der Produktion hatte George Lucas nämlich verschiedene Ideen und Konzepte für Episode 3 entworfen. Schon die Schlacht von Coruscant sollte über eine ganze Stunde dauern. Doch das war bei weitem nicht die einzige Änderung für seine finale Kinoversion. Im Vordergrund stand dabei Anakens wahre Herkunft. Dass seine bibelartige Geburt seit Episode 1 ein großes Rätsel war, hätte Episode 3 den Vater von Anakin enthüllt. Wir sollten erfahren, dass der Imperator die Dunkelseite der Macht dazu benutzte, um durch Schmie Skywalker Anakin zu erschaffen, was ihn dann gewissermaßen zu seinem Vater macht. Zugegeben, recht strange, da ist mir die aktuelle Version doch um einiges lieber. Auch Boba Fett sollte sein Comeback feiern und ähnlich wie später in The Clone Wars Mace Windu nach dem Leben trachten. Anders als in der Serie wäre es dem jungen Kopfgeleger im Film aber gelungen, den Tod seines Vaters Auge um Auge zu rächen. Aber das hätte wiederum leider Windu's tragische und bedeutungsvolle Todesszene aus der Endfassung des Films gegen Palpatine über den Haufen geworfen. Ob das eine gute Entscheidung war oder nicht, naja, das bleibt einfach jedem Fan selbst überlassen. Als letzten Punkt habe ich da noch eine echt krasse Sache für euch. Denn während der Produktion von Die Rache des Sith spielte Lucas mit der Idee, dass Padme versuchen würde, Anakin mit einem versteckten Dolch zu töten. Dieser Moment, der durch ein Konzept bereits bestätigt wurde, also es war wohl tatsächlich geplant, hätte Padmes Handlungsbogen viel, viel dunkler ausgesehen. Weil sie somit den Glauben an das Gute in Anakin wohl gänzlich verloren hätte. Ob sie dadurch immer noch an, ja, die Fans machen immer Scherze drüber und irgendwie ist es auch lustig, wegen Traurigkeit gestorben wäre, so wie in der Kinofassung, das ist nicht bekannt. Einiges an Stoff und nimmt man all diese Konzepte und kombiniert sie mit den bereits vorhandenen, nicht verwendeten Seen, ist es gar nicht mehr so abwegig, dass eine vier Stunden lange Version von Die Rache des Sith tatsächlich existieren könnte. Die Betonung liegt immer noch auf könnte, denn das Ganze ist nur ein Gerücht. Und deswegen könnt ihr mir jetzt gerne unten in die Kommentare schreiben, glaubt ihr, da ist was dran? Gibt es irgendwo da draußen tatsächlich einen vier Stunden langen Cut zu Die Rache des Sith und würdet ihr euch den gerne anschauen? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video allgemein. Nerva sagt Servus, wünscht euch noch einen schönen, schönen Abend, bleibt gesund, Freunde und bis dann. Drei